schnibli ja papa schnibli warum bin ich immer hier du sollst erklären warum von marvin heute kein video kommt du voll idiot warum hat das ich selbst gemacht hast du mal deine stimme gehört ich bin der erklärungstyp um genau zu haben bin ich jetzt gerade hier auch mal kurz erklären warum marvin erst in der nächsten zeit keine videos hochladen wird folge die situation marvin hat eine erkrankung gerade und just the time klickt er folgendermaßen als ziemlich beschissen somit müsst ihr ein bisschen geduld haben steht euch ein bisschen erleben guckt euch alle videos von marvin an und somit sage auch ich jetzt mal tschau denn mehr gibt es nicht zu sagen